Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Nell und trage den Schmuck von Kiki McDonough so gerne und so oft, dass ich mir was Neues geschenkt habe. Und zwar die Einhänger in Blautopas für die Kriolen. Man kann sie austauschen und kreativ sein. Es ist wie ein Baukastenprinzip. Aber ich bin nicht alleine, der es so geht, denn Kate Middleton, die neue Princess of Wales, trägt diesen Schmuck auch sehr gerne. Ich bin also in guter Gesellschaft und deswegen wäre ich froh, wenn du mich auch bei YouTube besuchen würdest bei Nell Lux Day. Ich zeige unterschiedliche Facetten, wie zum Beispiel Mode, Luxus, Minimalismus, Make-up und, und, und. Ich wachse jeden Tag und verändere mich, entwickle mich weiter. Wäre schön, wenn du dabei bist. Karpi dir, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bitte, pass auf dich auf, du bist es wert.